Hier sind die Top 5 Sci-Fi-Hörbücher von Ronan bei BookBeat. Platz Nummer 5. Akuru Skate, geschrieben von Tario und gelesen von Christopher Cousine. Darin findest du ein bisschen mehr in Black, ein Haufen Action und eine ordentliche Prise Humor. Platz Nummer 4. Singularity, Avogadro Corp, gelesen von Sascha Chorn und geschrieben von William Hurtling. Ups, plötzlich hat man eine KI entwickelt, die man nicht mehr kontrollieren kann und jetzt muss man irgendwie den Mist beseitigen. Platz Nummer 3. Nebula Rising, Code Red, gelesen von Matthias Lün und geschrieben von Tario. In dieser vierteiligen Reihe findest du ein bisschen Cyberpunk, Flair, aber auch Zeitreisen und einen ganz wichtigen neuen Planeten. Platz Nummer 2. Daemon, geschrieben von Daniel Suarez und gelesen von Matthias Lün. Ein Computerprogramm, das fängt an, alles zu übernehmen, was technisch ist und digital. Platz Nummer 1. The Loop, von Ben Oliver und gelesen von Markus J. Bachmann. Der Protagonist sitzt darin in einem Gefängnis, das von einer KI gesteuert wird und die hat ihn auch zum Tode dorthin verurteilt. Viel Spaß beim Hören!